Sehen Sie? So. Und fest spritzen wir die jetzt so voll, dass die bis fast oben hin zu sind. Hier sind unsere vorbereiteten Pralinen, die wir jetzt überziehen möchten. Dazu benötigen wir aufgelöste Kouvertüre. Einfach etwas Kouvertüre auf die Fingerspitzen reiben. So, das reicht. Jetzt nehmen Sie die Praline hier raus. Die Praline jetzt nehmen und in der Hand, wenn es zu wenig ist, einfach noch ein bisschen drauf geben. Rollen, ohne Druck, einfach ganz zart rollen. Hier rüber in die Schokkospäne, schön abrollen. Einfach und schnell zu Hause machen, ohne erst große Eingriffe zu machen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de